Achtung, Achtung! Was wäre das für eine Sensation? Verliert Brasilien gerade das Eröffnungsspiel der Heimbiel? Messi! Messi! Immer noch Messi! Elfmeter für Deutschland! Jetzt die Chance zum Konter für den Iran! Ronaldo, geht vorbei! Zieht ab! Und Tor! Geburschen, beruhigt sei! Ist noch genug Zeit bis zur Weltmeisterschaft! Ach so, um 12. Juni geht's los! Here we go! Die FIFA-Fußball-WM. Ab 12. Juni in ORF 1!